Ich hebe ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und gau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astro... Ich hebe ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und gau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astro... Ich hebe so ein bisschen zu motivieren, es ist bis jetzt noch kein Video hochgeladen worden, aber es wird, denke ich mal, auf jeden Fall die nächsten Tage kommen. So, was braucht ihr dazu? Ihr braucht auf jeden Fall irgendein Fahrrad und braucht einen Kumpel, der in irgendeinem Auto sitzt. Also es kann irgendein random Fahrzeug sein oder eins aus der Garage. Danach sucht ihr euch irgendeine Wand, es spielt auch überhaupt gar keine Rolle, wo das ist. Also ihr könnt den Launchglitch wirklich überall machen und ich finde den auch richtig geil. Und dann stellt ihr euch einfach, so wie ich das jetzt gerade so mache, an die Wand, so ein bisschen Abstand und euer Kumpel fährt einfach nur Vollgas gegen euch. Und ihr seht schon, ihr katapultiert euch richtig weit nach oben und da könnt ihr vielleicht noch irgendwelche Stunts machen oder irgendwo drauf landen. Also ich finde den Glitch wirklich mega geil. Und ich zeige euch jetzt einfach mal noch ein paar Versuche. Das war es aber eigentlich auch schon mit dem Glitch, weil viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haus rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy. 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 Vielen Dank.